Hey Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Pixel Gun 3D hier auf meinem Kanal wieder mal recht herzlichen Dank mit dir fürs Einschalten. Ich habe leider keine Juwelen mehr, deswegen müssen wir das mit dem Chest Opening, was ja bei jedem Video zu Beginn ist, etwas verschieben. Aber deswegen brüten wir hier mal ein Ei aus, nicht ein Eis, ein Ei. Und wir bekommen hier einen Bock, ein außergewöhnliches Haustier. Aber das ist mir ziemlich egal, denn ich habe nach wie vor das Einhorn. Ich kann es auch immer nicht upgraden, denn dafür bräuchte ich noch 4 Trainingspunkte. Das heißt, ich müsste das Einhorn noch 4 mal ziehen und ja, das habe ich nicht. Aber Leute, wir brauchen einen Namen für mein Einhorn. Schreibt mir doch bitte mal ein paar Namensvorschläge in die Kommentare, denn momentan heißt es ja nur Einhorn. Und viele von euch wollten ja im letzten Stream es schon hier umtaufen. Aber ja, gebt dem Einhorn mal einen Namen, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber na gut, heute soll es nicht hier um Haustiere gehen, heute soll es um das Level 33 hier gehen. Denn ihr seht ganz oben auf der linken Seite hier, wir brauchen noch 15 Erfahrungspunkte, dass wir hier ein Level Up machen. Und ja, dann habe ich vielleicht noch ein paar Juwelen und dann können wir das Chest Opening am Ende des Videos machen. Aber wir können hier trotzdem noch eine Truhe eröffnen. Was gibt es? 3 Münzen? Ja, ich habe wieder 650 Münzen, aber egal. Wir starten hier gleich mal in ein Match hinein. Tödliche Spiele könnte ich noch gewinnen. Wir können es mal probieren. Wir haben ja schon lange nicht mehr tödliche Spiele gespielt. Ja, spielt ihr noch tödliche Spiele seitdem das Battle Royale, also das königliche Schlacht gibt? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Und falls ihr dieses Video gefällt, nicht vergessen einen Taumen nach oben hier zu geben. Und meine letzten Videos haben etwas gelaggt. Ich weiß nicht, woran das gelegen ist. Ich habe nichts an meinen Einstellungen geändert. Und trotzdem hat es etwas gelaggt. Na gut, schauen wir mal, ob es bei diesem Video mal besser ist. Aber ja, das Gameplay ist ja trotzdem noch gut zu sehen. So, da haben wir gleich mal einen Kill geholt. Oh, nachladen, nachladen. Er flüchtet. Okay, es ist gut, wenn er flüchtet, denn dann dreht er sich nicht um, um zu schießen. So, da haben wir den nächsten. Und da haben wir gleich mal noch eine Waffe. Die Waffe ist richtig mächtig. Aber zuerst müssen wir halt auch ein paar Gegner suchen. Ich verstehe nicht, wieso ich mich in diesem Modus verstecke. Das ist das gleiche wie bei königliche Schlacht. Da gehe ich lieber voll drauf. Und da drüben ist ein Gegner. Yes. Schauen wir, dass wir den irgendwie treffen. Nein, da habe ich jetzt keine Munition mehr. Okay, er geht in diese Höhle rein. Wir verfolgen den einfach. Ich glaube, er versteckt sich hier einfach drinnen. Ich hoffe, da hat er hier keine Lebensenergie oder irgendwas gefunden. Denn da hinten hat sich auch letztens ein Gegner versteckt. Aber da ist keiner. Oh, oh, oh. Der hat mich auch verfolgt hier. Na gut, ein Versuch war es wert, denn wir hätten ja hier, ja, dann viele Erfahrungspunkte bekommen. Aber somit müssen wir wohl in einen Teamkampf. Egal, rein geht's. Ich würde sagen, wir spielen hier Paradies-Resort. Boah, das haben wir schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Gehen wir da mal rein. Und ja, feiern wir vielleicht Level 33 hier auf einem schönen, ja, was weiß ich, auf einer schönen Insel. Also ich hoffe, dass wir hier das Level Up jetzt bekommen. Mal schauen. So, aber dafür nehmen wir hier mal die Multitasker. Oh, und mein Team ist hier ziemlich weit vorne schon. Es steht hier schon 9 zu 0 und ich komme gerade erst mal rein. Und es steht schon 9 zu 0. Und ja, Leute, ihr merkt gerade, es laggt schon. Ich weiß schon wieder nicht, wieso. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier wirklich mal schauen. Aber es ist, glaube ich, nicht so störend jetzt dieser Lag. Aber trotzdem, ich möchte natürlich euch hier gutes Gameplay liefern. Und das ist natürlich mega nervig, wenn das jetzt so laggt. Ich habe keine Ahnung, wieso, weshalb, warum das so ist. Wir könnten, glaube ich, dieses Match auch einfach aussetzen und trotzdem hätten wir hier, könnten wir hier gewinnen. So, tot von oben. 35 Punkte bekommen wir dafür. Das ist ziemlich gut. Und jetzt, jetzt ist der Lag wieder weniger, merkt ihr? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber na gut, ich muss das wirklich in den nächsten Videos etwas fixen. Keine Ahnung. Es ist wirklich komisch, denn ich habe wirklich gar nichts an den Einstellungen von OBS herumgeschraubt, meinem Aufnahmeprogramm hier am Mac. Ich nehme hier nicht direkt über das Handy auf. Ich steige das iPhone hier an den PC und dann, ja, nehme ich das Ganze hier auf mit dem Aufnahmeprogramm. Wow, oh, schade. Oh, Wiederbelebung, gut. Die haben wir ja zum Glück hier noch. Und da ist ein Unsichtbarer. Aber das ist mein Teamkollege, dieser Unsichtbare Typ hier. So, 19 zu 7. Ich glaube nicht, dass die Gegner hier das noch aufholen werden, aber, ei. So, jetzt, ja, jetzt ist kein Lag. Ich habe keine Ahnung. Nur, wenn ich dann wieder spiele, jetzt fängt es klar. Ja, egal. Komm, wir wollen hier Level 32 erreichen, Leute. So, da unten, da können wir nämlich uns einen Rache-Kill holen. Was? Ich verstehe das manchmal nicht. Oh, er hat die Wiederbelebung, deswegen. Ich dachte, er hat sich einfach weggeportet. Oh. Aber, er wurde gekillt. Er wurde gekillt. Na gut. 25 zu 12. Wir haben doppelt so viele Kills wie die Gegner. So, dich hole ich mir. Du hast mich gekillt. Und dich hole ich mir. Hoffentlich auch. Oh. Yes. Nein, er hat die Wiederbelebung. Nein, das war doch. Das war doch ein Kill, Leute. So, 29 zu 16. 25 Sekunden noch. Und das sollte kein Problem mehr für uns sein, hier zu gewinnen. Welchen Platz bin ich hier? Okay, ich bin hier auf Platz 3. Der Beste, der MR, also der Mister, hat hier, wie viele? 17 Kills. Krass. Das ist richtig krass. So, Wiederbelebung ist noch immer am Start. Beziehungsweise schon wieder. Und da haben wir über die Wand uns den Kill geholt. Nice. So, 0 Sekunden. Wir bekommen 13 Pokale. Und wir bekommen... Oh, nur 10 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen noch 5 Erfahrungspunkte sammeln. Das normalerweise sollten wir die auch bekommen, wenn wir irgendwo verlieren. Hm, Deathmatch Nord. Gehen wir mal... Ne, komm, wir machen nochmal einen Teamkampf. Da sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt spielen wir mal... Ah, ist ein Leben. Ah, das mag ich nicht. Komm, wir spielen Poolparty. Wir spielen Poolparty. Dafür habe ich aber die... Ja, nicht so gute Waffen. Ich werde da jetzt schnell noch ein paar Waffen wechseln. Hier in der Waffenkammer. Damit wir hier... Ja, primär geben wir hier den Totengräber rein. Und spezial geben wir hier das hier rein. Damit wir hier... Ja, das gut meistern können. Das habe ich zwar noch nie gemacht, dass ich vor einem Spiel hier das so gewechselt habe. Aber ja. Kann man ja auch mal machen, oder? So, aber mit dem Totengräber müssen wir natürlich nah ran. Was ja auch der Vorteil hier ist bei der Poolparty. Deswegen habe ich auch diese Waffe genommen. Und der Gegner hat anscheinend hier die Wiederbelebung. So, wo ist er denn? Da ist er. Aber ich habe die Wiederbelebung auch. Nicht nur du, lieber Gegner. Es hat noch keinen Kill gegeben. Schaffe ich den ersten Kill? Nein! Der Gegner schafft bei mir den ersten Kill. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt mies. Das war sehr, sehr mies. Aber trotzdem ist mein Team hier vorne. Und somit können wir auch gleich mal weitermachen. Welches Level seid denn ihr jetzt momentan eigentlich? Ich glaube, die meisten von euch sind auf einem höheren Level als ich. So. Ach, die Wiederbelebung ist schon so oft. Spielen schon so viele Gegner. Ich hau das da mal rein. Ich dachte... Oh, da ist sogar ein Gegner. Ich dachte nicht nur, dass da ein Gegner ist. Da ist sogar wirklich einer gewesen. Ich habe den noch nie gesehen. So. Ah. Schade. Aber er brennt. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Schaffen wir es ja. Geht er ja drauf. Aber nö. Ist er nicht. Schade, mit dem Ausrotter hat er mich hier gekillt, habe ich ja früher, das wäre eine Waffe, die ich wirklich ganz früh gespielt habe, der Ausrotter. Oh, ich habe meinen Jetpacker aktiviert, ich muss hier raus. Kill Unterstützung, gibt es da irgendjemanden noch, der gekillt werden möchte? Nö. Ein Top 3 Best Player, schreibt hier jemand, ich glaube nicht, dass er das ist, denn mit sowas, ja, die, was es sind, die geben normalerweise nicht damit an. Okay, jetzt geht auch drauf, Dankeschön. Haben wir mal wieder einen Kill. Ich habe die Atombombe bereit, die Atombombe ist ein richtig gutes Gadget. Spiel ich richtig gerne. Yes, und da haben wir ihn auch. Haustier Knockout und Doppelkill. Huch. I'm top. Ja, jetzt battlen sie sich, wer hier wohl der beste Spieler ist, hier im Jet. Ich komme nicht drauf. Aber ich habe ja immer gesagt, ich mag das generell nicht, da oben zu spielen. Ah, come on, da ist jemand über mir gewesen, der SMG, SMG Hanzo. Oh, jetzt steht es wieder Gleichstand, das finde ich nicht toll gerade. Das finde ich gar nicht gut. Ah, aber ich habe den gekillt, ich glaube, ich habe den gekillt. Es war der Kill to uns, er ist, pju. Yes, Revanche, da haben wir ihn. Ich werfe die, ja, ihr merkt schon, die Granate gerne einfach irgendwo hin. In der Hoffnung, dass da irgendjemand zufällig drüber stolpert. Bei der Poolparty ist es ja auch ziemlich easy. Da stolpern dann auch die Leute ganz zufällig drüber. Yes, es hat sich eindeutig hier ausgezahlt, den Totengräber einzupacken. Und wir haben hier auch noch wieder die Wiederbelebung jetzt bereit. Okay, das wird nichts mehr. Nee, das wird nichts mehr. Drei Kills sind wir hinten, schade. Minus 21, aber normalerweise sollte ich jetzt fünf Erfahrungspunkte bekommen. Nee, anscheinend nicht. Ah, ja, wir legen jetzt. Oh, doch, wir bekommen die fünf Erfahrungspunkte. Wir bekommen die fünf Erfahrungspunkte. Sehr gut. Das heißt, wir sollten jetzt auf Stufe 33 hier aufsteigen, Leute. Und da ist es. Yes. Hashtag Level 33 bitte in die Kommentare. Und wir bekommen die 19 Edelsteine und 75 Münzen. Das heißt, wir können jetzt das machen. Also, wir können jetzt hier eine Truhe öffnen, die wir ja zu Beginn des Videos nicht geöffnet haben. Und was bekommen wir raus? Nen Skin. Na toll. Hashtag Level 33 bitte rein in die Kommentare. Für alle, die jetzt noch dran sind, also ich hoffe, ihr seid jetzt dran. Hashtag Level 33. Lange hat es gedauert. Es hat wirklich lange gedauert. Das Video von Level 32 ist ja auch schon sehr lange her, aber wir haben es endlich geschafft. Ich meine, es gibt kein großartiges Level mehr, wo man jetzt was Neues freistellt, aber trotzdem ist es cool, Level 33 erreicht zu haben. Und wir haben auch ein Angebot. Schauen wir mal an. 10,99 Euro für diese Waffen. Wow. Sollte ich mir dieses Angebot holen, schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare rein. Würde mich riesig interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, Leute, das war es schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Damit ihr das nächste Video nicht verpasst, wo wir vielleicht eine dieser Waffen testen, dann aktiviert euch auch bitte die Glocke unter dem Video. Ja, das war es mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. Ciao.